nennen 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 ja ich bin gespannt ich bin gespannt man muss dazu sagen der nissan hat ja eine etwas schlechtere gesamtleistung Auch getunt immer noch eine schlechtere Gesamtleistung als der 3er-BMW. Aber ich glaube, er fährt sich gut. Erstmal einen Unfallbau. Also, wenn dieser einen guten Fahrer hat, dann fährt er sich gut. Aber man kann ihn natürlich noch extrem krass tunen, das muss man dazu sagen. Man kann ihn ja noch tunen, aber uns fehlen einfach die Teile noch, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Ich hoffe, wir nehmen wieder neue Teile mit in der Nacht. Wäre natürlich sehr schön. Also, ein Vorteil hat, dass er sein Nissan nicht so schnell ist und auch nicht so eine schnelle Beschleunigung hat. Man kann besser reagieren. Das muss man ja wirklich sagen. So, ja, dann nehmen wir direkt hier das Rennen mit. Direkt das Rennen hintereinander weg. Ohne Pause, ohne Punkt, ohne Komma. Ich bin gespannt, wie die Heat-Trends werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, die werden machbar sein. Und vor allen Dingen von der Polizei abhauen. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Hallo, bleib mal hinter mir. Du Arschloch. Ich habe jetzt natürlich 0 drauf geguckt, was die hier für eine Gesamtleistung haben. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Das war so schlau von mir. Ups. Ey, aber noch hinbekommen. Okay. Okay. Also, eins muss man wirklich sagen. Mit den Nissan sind die Rennen ein bisschen spannender, ne? Also, nicht mehr so ein Easy-Peasy-Win, sondern doch ein bisschen anstrengender. Boah, ich hoffe, ich kriege den noch. Der ist eigentlich gar nicht mal viel schneller, aber irgendwie... Fischstisch. Bleib mal hinter mir. Mein guter, bleib einfach hinter mir. Dann machst du alles richtig. Okay, geschafft. Wunderbar, 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 wunderbar. Ja, weiter geht's. Würde ich einfach sagen, wir nehmen jetzt das Rennen hin mit. Das muss man wirklich sagen, ne? Also, die Rennen sind wirklich ein bisschen spektakulärer und nicht mehr so einfach wie mit dem 3er BMW. Hat auch was. So, meine Freunde der Sonne, ich muss mal hier vorbei. Ich habe Termine. Und ich bin ein Lucky. Danke schön. Oh, da... Hallo. Da kam eine Bank geflogen. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Da musste ich zu oft bremsen. Das war doof von mir. Huih, auch noch geschafft. Wunderbar, 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 wunderbar. Okay. Warte mal, wir fahren dann hier längs, ne? Das heißt, wir können dann eigentlich dann Richtung Hiltstufe 3 Rennen schon mal wangen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier kaum Polizei rumfährt, ne? Weil ich zu langsam bin. Vielleicht denken die sich so, ach, der fährt kein Rennen, der fährt einfach nur ein bisschen schneller. Die suchen ja Rennfahrer, ne? Und nie Leute, äh, so Temposünder suchen sie ja nie, ne? Die suchen ja wirklich Leute, die illegal Rennen fahren. Und da ich so langsam bin, ne? Sagen die sich so, ach, lass den mal. Lass den machen. Hallo, lass mich vorbei, ich habe Termine. Ich bin schwanger. Okay, das haben wir. Sehr schön. Das war nicht so schön. Das war richtig kacke sogar. Ah, okay, das war, das war doof. Na, schade. Na, erster Platz wird, hm, 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 könnte schwierig werden. Äh, mein Tempo. Aber wir kriegen den zweiten, kriegen wir definitiv noch. Okay. Ja, würde ich einfach mal ein bisschen besser fahren, ne? Das ist das Problem, ich müsste eigentlich nur ein bisschen besser fahren. Ja, okay, schau ich nicht mehr auf. Schade. Ist das doof? Kein Klappen. So, wir können ja trotzdem schon mal, äh, trotz Polizei, können wir ja schon mal hier hinfahren. Äh, ich muss hier lang. Ich hoffe, unser Ziel wird auch mal nicht hart. Und vielleicht schafft man das ja bis dahin, ähm, die Polizei loszuwerden. Okay, bin mir zwar nicht ganz sicher, aber mal gucken. Ja, gut. Alter. Guckt euch mal die Polizei hinter... Boah. Hör mir an, ey, meine Herren, ey. Frag mich bitte nicht, wieso ich gerade so unfassbar beschissen fahre. Ich weiß es leider selber nicht. Es ist einfach so. Okay, ähm, hierhin. Mein kennt's. Mal sehen, wie unsere zehn Personen auf ein plötzliches Bremsmanöver reagieren. Mach den Weg frei, damit ich meinen versammten Job erledigen kann. Ja, ich glaube, das war falsch, ne? Ja, schaffen wir das so? Ja. Gut, dann machen wir das so. Fech gehabt. Okay, dann können wir schon mal hier wieder markieren. So. So, und einfach mal ganz schnell hier weg. Tschüssi. Ihr Idioten. Ich schaue mal, ob ich in den sozialen Medien ein paar Rediments finde, zu dem ich euch stattdessen schicken kann. Wir haben diese Arschlöcher die ganze fette Jaten, um jetzt aufzugeben. Äh. Ah. Okay. Zeichen stimmt aber auch nicht so ganz, ne? Also, ich habe mich gerade schon mega gewundert, ey. Okay, jetzt brauchen wir ein neues Teil. Ein Teil, was wir noch nicht haben. Das wäre ganz schön. Ich weiß halt auch nicht, ob das so random ist. Oder ob man einfach, keine Ahnung, so oft, ja, irgendwie, keine Ahnung, immer erster sein muss, um wirklich brandneue Teile zu bekommen. Okay. Also ich versuche es jetzt wirklich mal auf den ersten zu kommen, aber irgendwie fährt er mir schon wieder sonstwohin, der Typ. Ich habe bis jetzt wirklich keinen großen Fehler gemacht. Na, aber ich komme einfach nicht ran an den Typ. Ich komme nicht ran. Ich weiß aber auch nicht, wieso. Gut, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, gut, dann wollte ich das mal schaffen, hier durch die Hecke, ne? Ab durch die Hecke, aber gut, hat jetzt nicht so wirklich funktioniert. Leider. Du hast einen. Okay, du hast ein neues Teil. Was war eigentlich hier nochmal? Der McLaren, kriegt man den jetzt einfach? Ne, habe ich den nicht schon bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Okay, wir müssen jetzt erst mal gucken, dass wir... Oh, das wird hier lustig, okay. Wir versuchen das mal. Das ist natürlich Heed 5. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ähm, ja, ich glaube, wir können mit der Polizei schon mal... Wo sind Heed 5? Da. Wir können, glaube ich, schon mal hier hinfahren. Da wir die, glaube ich, nicht so schnell loswerden. Warte mal, ist hier irgendwo noch eine Rampe? Ich muss gucken, dass ich die Rampen mitnehme. Ich sehe nichts. Okay, somit haben wir Heed 5. Ja, ich bin so, dass ich da ein bisschen Luft dafür zufrieden kann. Der Helium ist gleich bei euch. Haltet euch bereit. R1 der Zentrale ist auf der Position nicht bereit. Ich habe ehmliche Käse, die hat nicht funktioniert. Scheiße, oh man, das war doof. Ich weiß halt ohne Spaß jetzt nicht, wie wir die Polizei so schnell loswerden sollen. Das ist mal kein Witz jetzt. Hey du, ja du und die Wisser, seid ihr fertig, dann. Nein. Wir 7C, bereiten Manöver vor. Wir setzen jetzt zwei Bram an Heran. Ich mache das ja Sinn, einfach hinter die Leitplanke zu fahren. Nein, weil ich hier absolut, oh, kein Griff auf, okay. Hätte ja klappen können. doschen. No. Ja. Ich habe auch keine Zeit zum anhalten, Mensch, ich bin schwanger. So, jetzt habe ich aber ein Problem, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie wir hier polizeilos werden können. Ich glaube, man, ich glaube hier oben werden mal keine polizeilosen, nervt mich jetzt schon ein bisschen. Oh, fuck. Kann mal der scheiß Heli sich verpissen? Ah ja, seit wann ist er so penetrant? Hätte ich jetzt nie mitgerechnet, aber wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir halt nur noch da hochkommen und das Renn starten. Das wird natürlich ein bisschen doof. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Hey, oh man, hör auf. Mann, hör auf damit. Wir blasen die Verfolgung ab. Unsere Zielpersonen ist in dich. Echt jetzt? Ach komm schon, wenn ich gewusst hätte, dass wir so schnell aufgehen, hätte ich von Anfang an ernst gemacht. Hätte ich von Anfang an ernst gemacht. Das ist eine richtige Flasche, du. Nix kannst du. Ich hoffe, mir kommt jetzt einfach keiner entgegen. Okay. Okay. So, jetzt müssen wir das Rennen suchen. Okay. So, jetzt müssen wir das Rennen machen. Und dann müssen wir definitiv, denke ich mal, noch von der Polizei abhauen. Das müssen wir auch noch machen. Aber vielleicht haben wir dann Glück und wir kriegen neue Teile. Das finde ich ja cool. Danke für die Bande. Vielen Dank. Danke für die Bande. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir das nur bei denen schaffen. Aber der ist schon wieder sonst wo. Ich habe ja bei den Nissan manchmal so das Gefühl, dass wir gar nicht fahren. Aber wir fahren, das ist kein Witz. Wir fahren wirklich. Auch wenn das manchmal nicht so aussieht. Wir fahren. Oh, Alter, Nico. Das ist dein Ernst. Wir fahren. Also, Euer Christian b MOR. Ich hoffe, mironas dre Deutschen b harms. dynasty Rosa gebaut. Jasper Katzen wirklich. Marcus Alle prevents dich. Verstehen Sie am. Niez. Ich werde es nicht mehr zurück. Ich werde es nicht mehr zusammen. Ich werde es nicht mehr zurück, wheelchair. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass wir hier hinten neue Teile bekommen. Och alter, ey der Verkehr nervt mich halt mega hier, ey das geht mir so auf den Sack, das ist wirklich mega stressig mit dem Verkehr, Verkehr, Polizei, das ist wesentlich, scheiß Kombination, haben die irgendwie kacke gelöst. Wir haben gerade eine Prioritätsmeldung reinbekommen, wechseln Verfolgung ab. Ich habe den Wagen erwischt, der Welt, die hat das nicht so richtig viel gebracht. Ähm, ne, ne 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 ne. Ja komm, wir fahren, wir fahren einfach schon mal nach hause, wir fahren mal nach hause und gucken irgendwie. Warte mal, vielleicht kümmern wir uns. Eer 7 Zehn, wir sind jetzt Einsatz bereit. Och alter, fangen wir hier lang. Was ich hier echt alles allein mache? Schick noch ein paar Einheiten raus, weil Fläche verschwindet ist. Hochgerüstete Streifenwagen sind jetzt im Einsatz. Viel Spaß da draußen. Halte die Augen offen. Unsere Zielperson ist noch da draußen. Oh fuck. Okay, okay, okay. Ach nein. Ach man ey. Okay, wir machen es nochmal. Wir sind an der Kriegfotografie am Zentralen. Wir haben gleich Zentralen. Okay, wir versuchen das jetzt einfach über Dings. Wir werden das jetzt einfach über... Ja, über die Arena versuchen. Mal gucken, ob wir da Erfolg haben. Oh, ich werde gerade Nagelsperten errichtet. Auf dem Auto kommen wir. Okay, alles klar. Wir müssen direkt aufgaben. Wir fallen. Ich habe die Truppen gerade voll krass. Ihr nervt, wisst ihr das? Ihr nervt richtig krass. Ihr seid einfach nur lästig. Ey, richtig lästig. Meine Herren ey. Wie langweilig kann man auch auf Erfolgsjagden machen? Ich sehe es nicht. Ich würde sagen, wir fallen jetzt erstmal hier nochmal eine Runde. Boah, der war weg. Ähm, warte mal. Ich suche jetzt eigentlich. Warte mal. Ja, das war genau so geplant. Wo ist denn hier die Rampe? Wo man oben dann langfahren kann? War das hier? Ah, ich hätte nie können. Das war die Rampe. Aber wir könnten natürlich auch mit der hier versuchen. Wir könnten es aber auch sein lassen, wenn wir gleich kaputt sind. Äh, das ist schlecht hier gerade. Wie das läuft, das ist schlecht. Ach, Alter, du gehst mir auf den Sack, Mädel. Jetzt mal ganz ehrlich. Warum? Was war denn das jetzt? Och Mann! Funktioniert hier irgend mal was? Ey, das wäre echt schön, wenn irgendwas funktionieren würde. Ich hätte es nicht schaffen können. Das ist ja das Krasse, ne? Ich weiß. Ja, da sage ich jetzt schon mal Tschüssi. Also ich kann es natürlich jetzt nochmal hier. Was sind das hier eigentlich? Tuning Shop. Was? Tuning Shop? Okay. Ähm, ich kann es jetzt nochmal versuchen. Da hinzufahren, aber ich denke mal, es wird nichts mehr. Oder wir versuchen das jetzt hier. Oh fuck! Ey, als ob ich jetzt rauskomme. Als ob ich jetzt rauskomme. Ich falle. Ich falle direkt hier rein. Da ist mir egal. Wir fahren ja auch an der Dings vorbei. Ja, fuck das, Polizei. So, wo fährt er jetzt lang? Geh mir nicht auf den Sack. Scheiße. Ach nee, Mutti. Oh, wir haben es geschafft. Oh, nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir es noch schaffen. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz an, was wir dazu bekommen haben. Ich habe irgendwie jetzt das Gefühl, dass das alles umsonst war. Okay, hier haben wir ein neues Teil. Oh doch. Oh ja, hier haben wir wirklich ein neues Teil. Können wir direkt kaufen. Oh. Hydro-Kate. Aber, okay, das ist... Wieso habe ich das einmal im Besitz? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe das noch nicht mal gekauft. Weil ich das jetzt erst freigestellt habe. Aber das ist natürlich die Flasche, die ist scheiße. Das ist halt nur einmal, ne? Bin ich halt... Naja. Ja, okay. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkutativ in der nächsten Aufnahme. Wir müssen halt doch noch ein paar Rennen fahren, weil wir einfach, ähm, ja, immer noch die Teile hier freischalten müssen. Also, es sind ja nicht mehr so viele, aber... Na gut. Bis dahin, haut rein und tschüss. Woahlassen. Das sieht, dass она nicht ganz so viele Leute,auswufe considerabnde muss. Und dann, oder?